Jo, meine Freunde. Willkommen bei einer neuen Sendung. Heute bin ich mit dem André von BluePingu hier. Servus. Und zusammen lesen wir euch jeweils ein Buch vor. Was hast du denn heute mitgebracht? Ich habe von Daniel Henni und Philipp Kovce. Da geht es ums Grundeinkommen. Da gab es eine Initiative in der Schweiz mit einer Volksabstimmung. Was fehlt, wenn alles da ist? Das ist ein bisschen philosophisch angehört. Stimmt für mich. Links klicken, dann lese ich euch vor. Ja. Ich habe heute ein Buch von EpiKur mitgebracht. Über das Glück. Klickt rechts, wenn ihr das haben wollt. Links klicken, links klicken, links klicken. EpiKur. Links klicken, links klicken. Epi, EpiKur. Grundeinkommen, voll das geile Thema überhaupt und so. Passt noch nicht funk. Passt noch ein Auto. Amén, schlauchst du zu. Amén, schlauchst du. Stimmt. Das ist mir lecker. Ab und schlauchst du. Am Untertitelung des ZDF, 2020